Kaffee und Kakao Es war im Land von Kakao und Kaffee, da fing ich an zu fummeln wie Pelé. Ich wollte ihr gefallen, da schien sie nicht zu schnallen, da hatte ich die rettende Idee. Prinzessin, die Bahia Tropical, waren sie schon mal in Schwäbisch Hall. Ich hab ein Reihenhäuschen dort mit Einbauschrank und Bett, im Kühlschrank wartet eine Flasche Schaumbeinkabinett. Prinzessin, die Bahia Tropical, waren sie schon mal in Schwäbisch Hall. Wir lieben uns von hinten und im Fernsehen kommt der Klinten, diese Stadt ist wirklich international. Prinzessin, die Bahia Tropical. Es war im Land von Kakao und Kaffee, da sagte sie auf Spanisch einfach nee. Mit mir ist nicht zu tricksen und zwar schon seit Richard Nixon, deine Eier sind nur Handelsklasse B. Prinzessin, die Bahia Tropical, interessiert sich nicht für Schwäbisch Hall. Denn sie mag Palisien mehr als Alemania, die Eier sind dort Handelsklasse A. Prinzessin, die Bahia Tropical, waren sie schon mal in Schwäbisch Hall. Ich hab ein Reihenhäuschen dort mit Einbauschrank und Bett, im Kühlschrank wartet eine Flasche Schaumbeinkabinett. Prinzessin, die Bahia Tropical, interessiert sich nicht für Schwäbisch Hall. Denn sie mag Palisien mehr als Alemania, sie war sowieso nicht ganz mein Fall. Prinzessin, die Bahia Tropical, Prinzessin, die Bahia Tropical, Prinzessin, die Bahia Tropical. OLE! Jajaja, kaput!